ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu meinem nächsten video und bei diesem schönen wetter habe ich mir gedacht da gibst du mal das video so ein bisschen frei oder wenigstens so eine kleine ankündigung und zwar geht es um das video dieses traurige fritos video und auch noch jede menge gruften die offen sind hier dass man alle offen hier guckt euch das mal an das ist doch echt traurig sich gestorben 1891 gestorben als jetzt natürlich aus hier unten haben sie da noch kleine knochen da unten sind natürlich auch noch verschiedene dinge auf hier jetzt muss ich erst mal kurz besitzen das weiß wirklich ein bisschen kass hat das gesehen da kann ich mich noch daran erinnern an diesem traurigen friedhof und wo natürlich die ganzen gräber offen sind und 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 ja da werde ich jetzt ein zweiteiler draus machen ich wurde schon so oft angesprochen ich wurde schon ich habe schon ein paar e-mails bekommen es wäre doch toll wenn ich noch mal ein zweiteiler machen würde auch natürlich auch für meinen bekanntschaften habe ich natürlich auch ein tolles feedback bekommen über das tolle video und ob ich da lust hätte noch mal ein zweiteiler draus zu machen das wäre doch sehr sehr interessant ja und nach lange rede kurzer sinn ich habe ein bisschen hin und her überlegt und habe mir wirklich vorgestellt noch mal jetzt hinzufahren und noch mal einen wunderschönen zweiteiler draus zu machen das habe ich auf jeden fall vor und ja wie gesagt wann jetzt dieser zweiteiler rauskommt von diesem friedhof das muss ich noch gucken ich muss noch gucken zeitnah wie ich jetzt am besten so schnell wie möglich jetzt noch man muss einfach mal gucken wie die zeit liegt und dann würde auf jeden fall gucken dass ich wieder zu dem zu diesem friedhof fahre und und da wieder ein schönes video drehe ja wie gesagt ein zweiteiler von diesem friedhof wäre natürlich auch sehr sehr interessant das werde ich auch machen und ich werde das natürlich diesmal ganz anders filmen auf jeden fall werde ich das präziser film und langsamer und schärfer werde ich das filmen und ja und ich freue mich auf jeden fall wenn ihr wenn das video rauskommt dass ihr wieder dabei seid da würde ich dadurch auch sehr darüber freuen und ja das hier mal so ein ganz ganz kurzer info zu diesem video mit dem friedhof ja ich bin gerade hier mit natürlich mit scarlett unterwegs und es ist ein wunderschönes wetter wir haben montagmorgen jetzt circa halb elf und die sonne scheint so schön also eine richtig schöne luft die tut so richtig gut es ist auch nicht so kalt muss man wirklich dazu sagen und ja aber es ist gut richtig gut leute ihr seht ihr hinter mir wie die sonne natürlich mich anstrahlt und da hat man natürlich einen ganz anderen start in die woche in den montag rein als wenn es so nieselregen ist oder richtig kalt wie in den letzten tagen jetzt aber sehr klar ist ja winter wir haben jetzt februar und deswegen aber das wetter ist natürlich himmlisch ne ja wie gesagt leute das hier noch mal kurz mal zur info zu diesem zweiteiler zu diesem friedhof hier oben und ich würde sagen freut euch auf jeden fall auf diesem video und ich würde sagen ja sagen bis zum nächsten mal bis jetzt zu dem kommenden video was jetzt wieder rauskommt ich würde sagen mache tut schwingte käppi auf wiedersehen tschau und ich würde sagen